Du hörst den Mindset-Podcast mit Julia Lahrkemper, Folge 118. Willkommen zum Mindset-Podcast. Hier lernst du, wie du dein Gehirn mehr zu deinem Vorteil einsetzt, souveräner mit Herausforderungen umgehst, in deiner Selbstständigkeit mehr Geld verdienst, produktiver arbeitest und dir letztlich das Leben erschaffst, das du wirklich leben willst. Ich bin deine Gastgeberin, zertifizierte Mindset- und Business-Coach Julia Lahrkemper. Ein herzliches Hallo aus dem Podcast-Studio bei diesem fabelhaften Herbstwetter. Ich hoffe, bei der Ausstrahlung der Folge wird das auch so sein. Ich habe heute eine kurze, knackige Folge für dich mitgebracht, denn es macht mich wahnsinnig, wenn jedes Jahr um die gleiche Zeit, also ungefähr jetzt, so Ende September, Anfang Oktober, die Menschen anfangen zu sagen, so naja, das Jahr ist ja jetzt eh fast vorbei, naja, das lohnt sich doch jetzt nicht mehr, naja, das fange ich doch jetzt gar nicht mal erst an, naja, mein Jahresziel werde ich doch eh nicht mehr erreichen. Und dann auch noch Adventskalender zu kaufen sind I don't like it. Du kannst auf jeden Fall in diesem Jahr noch wahnsinnig viel erreichen. Das Jahr ist noch nicht vorbei. Es ist Oktober. Vielleicht hörst du diese Folge zu einem anderen Zeitpunkt. Dann kannst du den Zeitpunkt gern für dich entsprechend anpassen. Ich habe es an mir so oft gesehen und auch an meinen Kundinnen sehe ich das so oft, wie schnell es manchmal gehen kann, das Ruder rumzureißen, doch nochmal Ziele zu erreichen, einfach Veränderungen zu kreieren. Und was ich so liebe an diesem Jahresende, an dem 31.12. ist, dass wir das so gesellschaftlich, kulturell begehen. Es ist ein kollektiver Abschwung, so rund um die Advents- und Weihnachtszeit. Und es ist diese harte Zäsur, die wir zelebrieren mit Silvester, mit Neujahr, dieser Neustart im Neujahr. Das ist etwas, wo du dich so anlehnen kannst und reinlegen kannst quasi oder wo dir mal ausnahmsweise die Gesellschaft so Unterstützung bietet, diese Zäsur vor Augen zu haben und darauf hinzuarbeiten. Du kannst es natürlich auch gegen dich verwenden und sagen so, naja, ab jetzt mache ich nur noch alles, was mit Weihnachten zu tun hat und in der Adventszeit mache ich überhaupt gar nichts mehr. Du darfst es natürlich so gestalten, wie du willst, aber ich möchte dich wirklich einladen jetzt mit dieser Folge, dass du diese harte Deadline nutzt, um nochmal zu sagen, okay, was hier noch geht, ist genau das, was ich festlege, was noch gehen kann. Und ich kann hier noch mehr Gas geben. Das heißt nicht, dass du dich überarbeiten sollst, sondern es geht einfach darum, den Fokus zu schärfen, nochmal ein paar Schritte zu gehen, nochmal etwas zu reflektieren und dir nochmal gewiss zu werden, was denn dein Ziel sein könnte und dann in großen Schritten darauf zuzugehen. Und dabei finde ich es auch ehrlich gesagt gar nicht so wichtig, dass du dein Ziel dann letztlich am 31.12. erreichst. Das ist natürlich dann so die Sahne auf der Torte und wäre total geil und kann man dann gleich noch extra mit feiern. Aber es wird sich auf jeden Fall mehr verändern, als wenn du es jetzt gar nicht mehr versuchst. Das liegt ja auf der Hand. Das ist ja total logisch. Und du wirst wahnsinnig viel über dich lernen. Ich finde, das schult auch nochmal sehr diese Beziehung zu dir, wenn du sagst so, nee, Moment mal, ich habe mir dieses Ziel doch mal gesetzt. Es gab einen guten Grund, warum ich mir das gesetzt habe. Und jetzt schaue ich mal, was da noch geht. Vielleicht hast du dein Jahresziel ja schon erreicht. Dann kannst du dir überlegen, was wäre denn noch möglich im vierten Quartal? Was wäre was sehr Wertvolles, was du noch kreieren möchtest, gestalten möchtest, erreichen möchtest? Und ja, jetzt habe ich dir noch ein paar Schritte mitgebracht, wie du das ganz konkret machen kannst. Und als ersten Schritt finde ich es wichtig, einfach nochmal zurückzuschauen. Also spul nochmal zurück bis zum Anfang des Jahres. Und erinnere dich, was hattest du dir denn als Ziel gesetzt? Hast du dir das auch als messbares Ziel gesetzt? Also hast du sowas wie die Smart-Formel benutzt, was ja dafür steht, dass ein Ziel spezifisch ist, messbar, attraktiv? Also es sollte auch etwas sein, was du wirklich erreichen möchtest. Auf eine Art auch realistisch. Also es sollte jetzt, wenn du 20.000 Euro im Jahr verdient hast, bisher solltest du dir kein Jahresziel von einer Millionenumsatz setzen. Es wird wahrscheinlich nicht funktionieren mit den Businesses, mit denen meine Kunden und ich so hantieren. Und es soll terminierbar sein. Die Terminierbarkeit hatten wir ja, wenn es ein Jahresziel war, war es quasi vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024. Und schau aber nochmal, wie hattest du das formuliert am Anfang des Jahres? Hattest du das spezifisch auf deine Selbstständigkeit ausgerichtet? Hattest du dir auch private Ziele gesetzt? Auch das wäre ja doch eine Variante. Wenn du sagst, du hast dein Businessziel erreicht in diesem Jahr, du willst jetzt hier auch nichts mehr machen, könntest du nochmal gucken, welche privaten Ziele würdest du noch erreichen? So, das wäre Schritt 1. Erinnere dich an dein Ziel. Falls du jetzt zu dieser Spezien Mensch gehört, die sich keine Ziele setzt, es ist okay. Wir mögen nicht trotzdem. Es ist trotzdem allein aus der Mindset-Perspektive total spitzenmäßig, dir ein messbares Ziel zu setzen, weil du daran erkennen kannst, ob du daran glaubst, ob du nicht daran glaubst, was du über dich denkst, was du über das Ziel denkst, was du überhaupt über Zielsetzung denkst. Das kann eine sehr interessante Mindset-Arbeit sein, diese limitierenden Glaubenssätze hochzuholen und damit zu arbeiten. Es gibt aber auch Menschen, die sagen, lass mich mit Zielen in Ruhe, ich ticke überhaupt nicht so völlig okay, dann ist diese Folge wahrscheinlich nichts für dich. Genau. Und dann, wenn du jetzt dieses Ziel definiert hast, also wir nehmen an, du hattest ein Ziel, dann spul doch mal zurück und schau dir die Monate an, das erste Quartal, zweite Quartal, dritte Quartal, was wir jetzt abgeschlossen haben, und schreib auf, welche Ergebnisse du schon erreicht hast, sodass dein Gehirn auch merkt, so, aha, wir fangen ja gar nicht bei Null an, sondern wir haben schon in Bezug auf die Ziele in der Selbstständigkeit, auch in Bezug auf die Ziele privat, was erreicht. Und dann könntest du auch noch mal in dem Rückblick schauen, was hat gut funktioniert auf deinem bisherigen Weg zu dem Ziel, was hat nicht so gut funktioniert, was wirst du jetzt im vierten Quartal anders machen. Diese drei Fragen sind so simpel und so wahnsinnig effektiv. Ich nutze die so oft. Also ich lade dich immer wieder ein, das so wirklich dich hinzusetzen und zu beantworten. Und du wirst sehen, du wirst wertvolle Erkenntnisse erreichen. Und dann bist du bereit für Schritt zwei. Und dann geht es jetzt darum, dass du dein neues Ziel definierst, also im Prinzip ein Teilziel deines Jahresziels. Und dass du sagst, okay, was ist denn jetzt mein Ziel, was ich im letzten Quartal erreichen möchte? Und warum ist mir dieses Ziel wichtig? Warum wählst du dieses Ziel? Das finde ich total wichtig, dass du dir Gründe aufschreibst. Das kann auch das Gleiche sein, was du im Januar dir überlegt hast. Warum hast du dieses Jahresziel gesetzt? Und was ist jetzt der letzte Teil, den du noch gehen willst in Bezug auf dieses Ziel? Du kannst es dir auch einfach machen und sagen, na ja, das ist ja immer noch das gleiche Ziel von Januar. Also ich nehme einfach das. Völlig okay. Und dann schau mal auf einer Skala von eins bis zehn. Eins ist, ich glaube, überhaupt nicht dran. Zehn ist, ich glaube, sehr stark daran. Wie sehr wirst du dich für dieses Ziel einsetzen? Und wenn du dann noch keine Zehn ausgewählt hast, frag dich doch mal, warum nicht? Was fehlt dir denn zu einer Zehn? Es muss jetzt nicht unbedingt Motivation sein. Das ist dann wieder mit den Gründen, warum du dieses Ziel ursprünglich gewählt hast. Also schau mal, welche Gründe es gibt, warum du dich mehr für dieses Ziel einsetzen kannst. Und was sind aber auch valide Gründe, warum du das gar nicht willst? Das ist ja auch völlig okay, nur 80 Prozent zu geben. Aber es ist interessant aufzudecken, was sind die fehlenden 20 Prozent, um wirklich dich voll und ganz diesem Ziel zu verschreiben. Wenn du das gemacht hast, du kannst natürlich auch den Podcast pausieren, damit du genug Zeit hast, das zu machen. Das ist jetzt kein Workshop hier. Dann gehst du den dritten Schritt und überlegst, welche hinderlichen Dinge, Rückschläge, Niederlagen, Umwege, Fehler, Hürden, dir auf diesem Weg begegnen können. Also überlege mal, was sich dir in den Weg stellen kann. Warum könnte es sein, dass du dein Ziel, selbst wenn du es dir jetzt hochmotiviert, Anfang Oktober nochmal setzt, nicht erreichen kannst? Was könnte dazwischen grätschen? Und all diese Möglichkeiten, all diese Rückschläge, all diese Niederlagen, Umwege, Fehler, all das schreibst du auf und dann pickst du dir jeden Punkt heraus und schreibst dafür einen Weg, eine Lösung auf, wie du damit umgehen kannst, wenn das passiert. Und im nächsten Schritt geht es darum, dass du definierst, wie du denkst, wenn du dein Ziel erreicht hast. Das ist eine Übung, die ich total gerne in der Business Mindset Mastermind mache. Wir machen das über einen Dreijahreszeitraum, um zu definieren, wer ist denn eigentlich diese Person, die das Ziel erreicht hat, sodass du die innerlich kontaktieren kannst und mit der in Verbindung kommst und sie auch als innere Mentorin oder ihn als inneren Mentor nutzen kannst. Also, das ist jetzt eine kleine Visionsübung. Du stellst dir vor, dass du dein Ziel Ende Dezember erreicht hast. Und jetzt überleg mal, wie bist du dahin gekommen? Was waren die Entscheidungen, die diese Person gefällt hat, damit sie ihr Ziel erreicht hat? Wie hat sie über sich und ihr Ziel gedacht? Wie hat sie sich überwiegend gefühlt? Was war sie auch bereit zu fühlen, vielleicht auch an unangenehmen Gefühlen? Was hat sie letztlich umgesetzt? Wo hat sie Prioritäten gesetzt? Wo hat sie sich fokussiert? Was sind all die Dinge, die sie nicht mehr getan hat? Und da, wenn du kannst, wäre es total sinnvoll und hilfreich, einen Leitgedanken auszuwählen. Also gibt es eine Überzeugung, die diese Person getragen hat durch dieses Quartal, durch die drei Monate. Ein Gedanke, der total hilfreich ist und von meinen KundInnen auch sehr oft genutzt wird, ist, ich mache das jetzt einfach. Also es muss jetzt kein Mega-Mantra sein oder eine total super-duper-Affirmation, sondern es kann auch diese Entschlusskraft sein, die da durchkommt, sagt, ich mache das jetzt. Ich ziehe das jetzt durch. Ich will dieses Ziel erreichen. Sowas kann das auch sein. Aber schau mal für dich, wenn du dich verbindest mit der Person, die du zukünftig sein wirst, wenn du dein Ziel im Dezember erreicht hast, was war für sie ein Leitgedanke, damit sie da angekommen ist. Und dann kannst du es jetzt auch nochmal runterbrechen. Also wenn du dir das Ziel nochmal aufschreibst, was sind denn die Schwerpunkte, die du legst für Oktober, für November, für Dezember? Und wie kannst du diese Monatsschwerpunkte nochmal runterbrechen auf die Wochen und dann runterbrechen sogar auf die Tage, wenn du willst? Sodass du das auch wirklich ganz faktisch in deinen Kalender eintragen kannst, damit du dafür sorgst, dass du dieses Ziel nicht mehr aus den Augen verlierst. Und ganz zum Schluss würde ich dir jetzt noch empfehlen, dass du dir überlegst, wie du dich belohnen wirst. Nicht unbedingt nur für das Erreichen des Ziels, sondern wirklich für den Versuch, für das Engagement, für die Entschlossenheit, dieses Ziel nicht jetzt schon im Oktober über den Jordan zu werfen, sondern einfach zu sagen so, nee, weißt du was? Ich habe mich entschlossen, Anfang des Jahres habe ich mich entschlossen, dieses Ziel anzugehen. Und hier geht noch was. Ich sehe noch Luft nach oben. Ich habe noch nicht alles versucht, das zu erreichen. Ich habe Ideen. Ich habe drei Schwerpunkte definiert, wie ich es erreichen kann. Ich habe das jetzt auf wöchentliche Aufgaben runtergebrochen und ich weiß genau, was zu tun ist. Ich habe mich auf Hindernisse vorbereitet. Ich habe Lösungen erarbeitet. Ich habe mich mit meinem zukünftigen Ich verbunden. Und ich habe sogar noch die Ressourcen und Analysen aus den letzten Monaten mit einbezogen. Dafür darf ich mich belohnen. Und was ist das? Es muss gar nichts Großes sein. Du kannst dir natürlich was kaufen, wenn du willst. Ich finde es immer schöner, etwas zu erleben. Also kannst du ein Ereignis kreieren, wo du sagst, hey, das wollte ich schon immer mal machen. Oder dafür nehme ich mir Zeit. Das ist etwas, was ich mir normalerweise vielleicht nicht gönnen würde. Aber das mache ich jetzt. Und ich belohne mich eben für den Weg und nicht nur für das Ankommen ans Ziel. Ich wünsche dir wahnsinnig viel Erfolg dabei und vor allem ganz viel Freude. Denn auch wenn das so kitschig klingt, der Weg ist das Ziel. Also genieß auch den Weg dahin. Prügel dich jetzt nicht durch die nächsten Wochen bis Dezember. Und schreib auch jede Woche oder zumindest jeden Monat auf, was hat gut funktioniert auf dem Weg, was hat nicht so gut funktioniert, was willst du anders machen. Und ich schwöre, du wirst Ende des Jahres viel über dich gelernt haben. Du wirst viel erreicht haben und du wirst um einige Erkenntnisse reicher sein. Also hab eine fabelhafte Woche. Ich bin sehr gespannt, von dir in dieser Woche und auch Ende Dezember zu hören, um zu schauen, wo du letztlich gelandet bist. Also lass es dir gut gehen. Wenn dir dieser Podcast gefällt, willst du meine Mindset-Impulse als Newsletter nicht verpassen. Wenn du dich unter julialarkemper.com slash Newsletter anmeldest, bekommst du Tipps dazu, wie dein Mindset deinen Kontostand beeinflusst, wie du deinem Gehirn ein Update verpasst, damit der Umgang mit Geld für dich entspannter wird und was genau Brückengedanken sind und wie du sie für dich nutzen kannst. Du bekommst jede Woche frische Mindset-Tipps, um aus deinen Gewohnheiten auszubrechen und dir bewusst und aktiv ein Leben mit weniger Stress und mehr Geld aufzubauen.